So, hallo und herzlich willkommen. Wir spielen heute Bazaar und sind gerade gestorben. Ein wirklich toller Anfang. Aber gut. Wir geben unser Bestes. So, wo sind wir da jetzt angelangt? Okay. Ja, wie gesagt, wir spielen heute Bazaar. Und einmal was anderes, als wie Kacken und Jaki. Ja, wir befinden uns da. Und ich kenne mich Gott gar nicht aus. So, okay. Wunderbar. So, schauen wir, dass wir da mal etwas weiter bringen. So, dann haben wir da erledigt. Wunderbar. Watsch. Okay. Der schießt uns da vorne, Otto. So, okay. Wunderbar. Ein toller Start. Unser Passes wird da vollkommen überrannt. Von irgendwelchen anderen idioten. Und, ja, deswegen... Schauen wir uns jetzt mal an und gehen dort auch hinten. Hey, hier! Ich spiele' ich bloß! Geht ja hier irgendwas weiter. Aber das werden wir uns jetzt gleich anschauen. Schleichen wir uns da mal herunten. Herein da. Bewegen wir uns, darfst du das Dach zu? Da ist keiner mehr. Schaut einigermaßen gut aus da. Den haben wir erledigt. Wunderbar. So, da ist... Sehr gut, den haben wir auch da erwischt. Gemeinsam mit einem anderen. Wunderbar, wir gehen da jetzt raus einmal. Aha, sie haben uns schon wieder alles weggenommen, das ist wunderbar. Schauen wir da rauf. Zumindest der A-Punkt gehört uns zur Welt wieder. Wo sind wir komplett? Aber, da schaut's eigentlich nichts. Autsch, okay. Das tut nicht so gut. Oh, okay, da haben sie es erwischt. Na gut, kein Problem, 6 zu 4. Aha, da sind wir auch schon wieder. Sehr gut. Wunderbar. In diesem Fall werde ich da mal diesen Weg da nach vorne gehen. Obwohl es da ja ziemlich zugeht, so wie es ausschaut. So, da haben wir es. So, jetzt haben sie es erwischt. Der Aika macht nichts. Ich spiele heute wieder am Vormittag. Da sind die Server wieder etwas von extremen Pros überrannt. Wenn man das so sagen kann. Also, ja, war der einzige Server, der halbwegs voll war. Aber gut. So, irgendwie geht jetzt nichts weiter da. Oh, okay, ich habe ihn schon wieder erwischt. Kann man nichts machen. Immerhin haben wir halbwegs schönes Ergebnis trotzdem. Obwohl wir jetzt da so ablosen. Oh, man kann ja nicht immer da gewinnen. Schießen wir das nach vorne da? Okay. Oh, okay, jetzt haben sie es erwischt. Garten haben nicht recht viel gebracht. Naja, kann man nichts machen. Okay, wir probieren es aber noch einmal da. Über diese Richtung. Den haben wir erwischt und ein paar. Oh, das war jetzt halt ein Ruckler, ein Leg. Na gut, kann man nichts machen. Soll auch vorkommen. So, probieren wir es gleich noch einmal. Die Legs sind natürlich etwas lästig, aber gut. Das sollen wir machen. Hatsch. So, und schon wieder der Typ. Da heißt es, das gibt es ja nicht. 10 zu 8. Okay. Was haben wir da? Wunderbar. Dieses Mal haben wir beide erwischt, aber da kommt dann von der anderen Seite wieder wer. Okay. Wo war der Typ? Aha, in der Garage hat er dann. Okay. Na gut. Kann man nichts machen. Okay, zwei haben wir noch erwischt. Im letzten Moment 14 zu 9. Na gut, kein Traumergebnis, aber immerhin 3000 Punkte knappe bis zum nächsten Rang. Das wollen wir natürlich nicht missen. Deswegen spielen wir auch gleich weiter da. So. Vielleicht verläuft die Runde etwas besser jetzt. Das schauen wir sich gleich an. Also holen wir uns da die Flagge da. So. Davor. Aha, Verbindungsprobleme. Das ist natürlich nicht sehr toll, aber gut. So, dann halte ich viel für bei Killen, aber immerhin. Es lag etwas, das stimmt, ja. Muss ich ihm recht geben. Aber was soll man denn schon machen? So, dann haben wir da erwischt. Wunderbar. So. Perfekt. Gehen wir da gleich aufs Dach auf. Oh, schade. Okay. So, dann haben wir auch erwischt. So, dann haben wir auch noch erwischt. Wunderbar. Hätte er ja nicht besser verlaufen können. Dann haben wir auch noch erwischt. Sehr gut. Gehört zu uns. Und jetzt haben sie uns erwischt. 7 zu 0. Na, immerhin. Besser als nichts, würde ich sagen. Ist ja doch ein halbwegs gutes Ergebnis zumindest. Ja. Gehen wir mal auf dieser Seite nach vorne. Okay. So, dann haben wir ihn erwischt. Okay. So. Okay, der hat uns jetzt erwischt. Na gut. Kann man nichts machen. Aber wir sind wieder live dabei drauf. Das ist mal. Schaut ein wenig besser aus. Schon so, wo bin ich da wieder? Ich kenne mich wieder gar nicht aus. So. Ja. Genau. Da sind wir wieder perfekt. So, das ist los. Was? Okay, da hinten steht wer. Dann werden wir sie gleich schnappen. Okay, der ist schon tot. Und oboah. Da ist keiner mehr da. Hey Mann, ich habe ammo hier. Perfekt. So. Okay. Gehen wir da in diese Richtung weiter. Da haben sie D erwischt er. Können wir eigentlich das herüber gehen. Und schauen. Vielleicht doch nicht so der tolle Punkt, dass wir nach vorne laufen. Autsch. Und von hinten? Okay. Habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht gesehen. Na gut. Ist ja nicht tragisch. So, Verstärkung, Spawn. Wo bin ich da jetzt wieder? Okay, sehr gut. So, ich schmeiße mich da gleich nach hinten runter. Bevor wir da alle ausgerontet werden. So, welcher Punkt? Achso, okay. Sie haben uns wieder alles weggenommen. Wunderbar. Könnte nicht besser sein. Ich schleife mich da vorbei einmal auf jeden Fall. So, und Autsch. Jetzt habe ich mich da gesehen. L85. Okay. So. So, immerhin. Ich würde sagen, wir gehen noch mal einen anderen Weg jetzt. Aber das ist mir etwas zu beschossener. So, jetzt ruckelt er wieder wie ein Blödmander. Der gehört ja zu mir. Okay. Und schon wieder erwischt. Na gut. Gut, 4 zu 5. Besser als vorher. Immerhin. So, ich laufe da dieses Mal etwas weiter hinten. Nach vorn. So, dann haben wir noch erwischt. So, 17,5. Immerhin. Könnte nicht besser sein. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Hoffentlich hat es euch gefallen. Und bis dahin. 271 Punkte. Ciao.